Gretchen meint, dass du in Kassafir bist, weil sie kandidiert sicher die Frühlingfeierung, Melke. Gewaltig. Ich bin nicht in Kass. Ich sorge sich nur wegen ihr. Ich meine, sie hat sich vorgelegt, dass sie Spaß oder etwas aussohnt. Ob keine Stimmen für ihr wird, wenn sie den Pipitsch kriegen. Und wer wird sich davon vernehmen mit ihr? Ich! Nun, meinst du es keiner, wenn da keine Stimmen für ihr? Heidi, sie ist keine Scheine. Ich weiß, dass das klingt schlecht, aber whatever. Die Frühlingfeierung, Melke, ist ständige Scheine. Und wo sie so viele mehr mischen, ist als Fotografs dann Karen. Aber man trägt nicht von ihr, weil sie ist aus der Kurve. Okay, ich gehe schlafen. No, sie ist nicht in Kassafir. Einen Minuten. Bist du okay? Ja. Hallo? Ob der Emitar wollte ich berät, ob ich die Söder sagen wollte? Na ja? Nein. Und ob der Emitar ist Kräumerstein? Was rätst du? War zweite Linie. Ich will doch schon mehr nichts vertragen. Bravo, Gretchen. Hallo? So, wir gehen holen. Okay. Warte eine Minute. Ich bin auf der zweiten Linie mit Gretchenen. Ich verbreite nicht, Gretchenen. Sie macht mich mit Schugge. Einen Minuten. Okay, rier dich. Sie ist Retina. Sie will verbringen mit mir heute bei Nacht, aber sie hat mir gehissen, dir nichts zu sagen. Ich lasse nicht rum mit dir. Oder was nicht? Du willst nicht wissen. Ach, du kannst mir sagen. Eine Sekunde. Oh, ist das ein Nudnitzer. Wer ist? Wer ist das? Gretchen? Gretchen? Ich kann nicht so rausgehen. Ich bin klank. Boo. Du hör. 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 Du hör.